Hallo ihr lieben Menschen, ich schneide ja gerade Welt der Wunder, voll am Stress und ich zeige euch das nochmal. Wir haben ja auch noch dieses Gewinnspiel mit Artbox One. Und Jochen hat jetzt gesagt, er trumpft das Paket ein bisschen auf. Also wir haben noch diese drei Bilder übrig sozusagen. Ihr schreibt uns also, dann dürft ihr euch eins davon aussuchen. Und dazu gibt es einen Kappi. Überlegt gerade, ihr dürft auch gerne sagen, dass ihr vielleicht lieber eine graue wollt. Ihr müsst keine schwarze nehmen. Und wir haben beschlossen, wenn ihr wollt, dann unterschreibt euch der Balo auch noch das. Wenn ihr möchtet. Ihr dürft das Bild natürlich auch gerne so nehmen, keine Frage. Ach ja, eine Frage müsst ihr noch beantworten. Und zwar, was macht Artbox One? Machen sie Kunst oder Kekse? Die E-Mail schreibt ihr da hin. Und dann ziehe ich einen Gewinner. Und dem schreibe ich dann. Viel Glück. Tschüss.